Löschen auf mich. Wird erledigt, höre. Wird erledigt. Warum hören die immer auf zu löschen? Kann mir das jemand verraten? Lockdownloaded, herzlich willkommen liebe Freunde, zurück zu Emergency 20. Und wir spielen eine Mission aus Emergency 2, der Super-Tanker. Durch einen Stromausfall manövier-unfähig geworden ist ein Tankschiff. Oh man. Und Tankschiff frontal in eine Hafenbauer gekracht. Am Schiffsbuch sind Brenner ausgebrochen. Die Schiffsbesatzung ist in Lebensgefahr. Ja. Das sehe ich auch. So, zwei davon hier hin. Die anderen beiden bitte hier hin. Rüstwagen kommen hier hinten hin. Okay. Du kommst bitte hier hin. Okay. Genauso wie... Hier. Zu Befehl. Und das Intensivtransportfahrzeug lassen wir einfach mal. Hier. Bin dabei. Bergefahrzeug lassen wir mal hier stehen. Zu Befehl. Achso, ihr löscht da, genau. Und ihr löscht hier. Ja, perfekt. Mehr oder weniger. So. Was gibt's? Nee, du kannst da stehen bleiben. Gucken wir mal, ob das Boot schon angekommen ist. Die Stelle ist schon nicht erreichbar. Ach komm, hier. Die Stelle ist nicht erreichbar. Jetzt hör auf. Du hast den schon, ne? Jawohl. Dann bring den bitte einmal hier runter. Ist in der Arbeit. Bin bereit. Kein Problem. Haben wir jetzt alle hier. Haben wir. Bringst den da runter und wird er da versorgt. Das ist sehr gut. Äh. Rüstwagen. 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 Nee, müssen ja hier hinten sein. Was gibt's dabei? Was gibt's? Bin bereit. Ja, was gibt's, ne? Ihr sollt hier mal aufpassen, dass ihr es nicht weiter ausbreitet. Kein Problem. Wird gemacht. Ja. In Auton. Ungefähr so. Bin dabei. Dann löscht ihr beide nämlich hier schon mal den Einbrand. In Auton. So. Da wird gelöscht, da wird gelöscht. So, wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt kein, unsere Einsatzkräfte verlieren. Du kannst jetzt endlich mal los. Und dir hinten helfen. So, Delle. Bis jetzt. Ähm. Soweit alles im Griff. Im Griff eigentlich. Hier, das breitet sich nicht weiter aus. Das ist super. Hier, da geht das auch schon runter. Da geht's runter. Sehr gut. Der eine geht hier schon mal runter. Das ist gut. Dann müsste der auf den anderen switchen direkt. Ähm. Haben wir hier noch ein Tankfahrzeug. Die gehen beide da rauf. Was eh nicht viel bringen wird. Aber okay. Du wechselst dann bitte sofort auf den, ne? Ja. Machst du. Du. Brauchen. Äh. Dich brauchen wir hier. Du musst die Person ja wegbringen. Genau. Und ihr solltet jetzt vielleicht mal. Hallo. Bin bereit. Genau. Ihr solltet den wegbringen. Das Boot kommt. Äh. Du fährst schon mal vorsichtshalber hier hin. Sehr gut. Du kannst dann schon mal deine nächste Runde vielleicht machen. Sollten die nämlich ins Wasser springen, brauchen wir dich. Wollen wir hoffen, dass das nicht macht. Dass die jetzt nichts machen. Du bist doch Notarzt. Warum hilfst du dann nicht hier? Hallo. Muss man nicht verstehen, ne? Hier sind noch alle drin. Das ist sehr gut. Wir brauchen hier ein Löschfahrzeug mal. Du löscht weiter. Warum löscht du nicht? Die kriegen das hier sehr gut hin, gerade. Das Schiff brennt nicht mehr. Das heißt aber, du kannst hiermit weiter löschen. Löschen, helfen. Helfen, löschen. Ich weiß nicht, wie ich die da wegkriegen soll. Ähm. Bergungshelikopter eigentlich. Jetzt wüsst du, wo der ist. Ich höre ihn doch da. Was gibt's? Was gibt's? So. Bisschen Arbeit. Okidoki. Das Auto hat noch gerade so überlebt. Perfekt. Solltest du vielleicht auch weiter hier drum kümmern. Dich hier drum kümmern. So. Das Tanklöschfahrzeug sollte auch mal das machen, wozu es da ist. Nämlich löschen, bitte. In der Zwischenzeit. Könnt ihr die bitte mal abtransportieren. Danke. Dann steigt ihr schon mal aus. Der nächste kann wiederkommen. Alles klar. Helikopter muss wiederkommen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Ja. Hat er den schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Achso. Der kann mehrere aufnehmen. Achso. Das dauert ein bisschen. Okay. Möchtest du nicht vielleicht mal hier mitlöschen? Zu Befehl. Und du vielleicht mal hier die Ecke. Sofort. Dann können die hier hinten. Beziehungsweise. Bin bereit. Was geht's? Was geht's? Hier mal da einsteigen und hier mal hier einsteigen. Verstanden. Du. Löscht bitte mit. Verstanden. In der Zwischenzeit. Aber wir gucken uns jetzt erstmal um den hier. Um den letzten. Der noch Hilfe braucht hier. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Dann gehen wir. Wow. Wups. Da hin. Bin bereit. Einmal raus. Dann kannst du den nämlich. Nämlich schon mal abholen. Sofort. Ja. Du. Hier rüber. Die nächsten beiden holen wir dann auch schon wieder her. Brauchen wir ja alles. So. Sehr schön. Das läuft ja. Das läuft doch ganz gut. Aktuell. Höre. Sofort. Erwarte Befehle. Verstanden. Genau. Ihr müsst immer. Warum man die auch immer wieder anwählen muss. Gut. Ihr fahrt damit weg. Dann kann ich den Heli ja schon mal wiederholen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstelle. Was gibt's? Das ist nicht die Person da abgesetzt, oder? Nein. Aber hier, das Boot fängt wieder an zu brennen. Sofort. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Und das darf nämlich nicht passieren. Ihr. Bin bereit. Beide. Könnt dann mal. Erwarte Befehle. Weiter mithelfen. Bitte. Danke. Höre. Ähm. Alles klar. Bin bereit. Ach so. Mit Matrosen sind gerettet. Okay. Die brauchten keinen. Sehr gut. Kein Problem. Höre. Zu Befehl. Ja? Jawohl. Höre. Bin dabei. Okay. Dann müssen wir uns jetzt hier rum kümmern. Was geht's? Jawohl. Kühl du doch einfach mal das Ding da runter. Genau. So. Ihr seid dann auch mal so weit. Dann könnt ihr mit rüber kommen. Und euch um. Ja. Kümmer euch einfach mal hier rum. Du kannst auch mal was machen. Löst hier mit. Der macht da. Ihr seid alle noch hier. Gut. Okay. Aktuell scheint es ja gut zu laufen eigentlich. Höre. Ist in Arbeit. Höre. Okay. Höre. Einfach mietwischen bitte. Ja. Kein Problem. Höre. Ist in Arbeit. So dass hier nichts passiert. Einfach. Ist das Beste. Erwartet Befehle. In Ordnung. Boote sind auch noch am Start. Sehr gut. Wird gemacht. Bin bereit. Wird erledigt. Die Stelle ist für uns nicht so befehlen. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen um uns zu platzieren. Hä? Warte auch mal wieder. Wo sind die anderen beiden jetzt? Ja. Was gibt's? W-w-w-wäh? Mir fehlen Einheiten. Aber okay. Gut. Das werden wir jetzt nicht mehr brauchen. Denke ich mal. Du kannst schon mal wieder aufsatteln. Ist ja schön, dass du in Bereitschaft bist. Aber ja gut. Erwartet Befehle. Höre. Ihr zwei. Könnt eigentlich mal. Ja. Irgendwohin. Hier. Bin dabei. Ihr lasst logistisch echt gut. Muss man ja mal sagen. Ja. Ach, die löschen jetzt einfach den Brand weiter. Ja, super. In Ordnung. In Ordnung. Hier, sie sterben. Wenn wir verletzte Personen hätten, ja. Haben wir aber aktuell geiler. Also theoretisch hätten wir bestimmt schon welche. Dazu müssen wir jetzt erstmal die hier rankommen. damit ich auch welche finde. Ja, sehr klug. Oh Mann. Hallo. Lösch du mal bitte weiter. Alles klar. Und ein Tanklöschfahrzeug gleich mal. Das kann das Boot gleich machen da. Dass wir hier mal runterkommen. Wird erledigt. So. Ja? Was gibt's? Jawohl. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da was machen könnt. Was gibt's? Okay. Höre. Bin dabei. So, komm. Holger Koch. Lösche jetzt hier mal mit. Das Boot. Lösche jetzt hier mit. Kein Problem. Erwartetes Hehlens. Du löscht. Ja, hier. Alles klar. Dann geht das wenigstens mal ein bisschen runter. So, jetzt brauchen wir erstmal das Intensivfahrzeug auch noch. Was gibt's? Äh, wo eigentlich gar keiner mehr drin ist. Das ist ja super. Bin bereit. Bin dabei. Ja, sofort. Was geht's? In Ordnung. Was geht's? Bin dabei. Gut. Dich schicken wir einfach mal schon wieder zur Zentrale. Dann holen wir die nächsten ein. Alles klar. Schafft das schon, passt da durch. Erwartete Befehle. Er passt nicht mehr rein, war ja klar. Bin bereit. Ah, hier hin. Sofort. Da hinten, wir wollen das Bergefahrzeug. Beziehungsweise, ja doch, das Bergefahrzeug. Äh, TEC. Äh, TEC. War ja klar. Okay. Gut, dass wir das mitgenommen haben. Äh, ja. Kann das Intensivfahrzeug schon mal mit rüberkommen, bitte. Ja. Weiß nicht, ob er das jetzt mitgekriegt hat. Ähm, da dumm, da dumm, da dumm. Ja, boah, dann machen wir mal hier. Ja, sofort. Ja. Ihr sollt da löschen. Alles klar. Ja. In Ordnung. Keine Lust, jetzt noch ein Ding zu verlieren hier. Okay, höre. Bin dabei. Ja. Bin bereit. So, löscht ihr bitte mal mit weiter. Was geht's? Jawohl. Löscht ihr mal weiter mit, bitte. So, das klappt gut. Nicht erreichbar. Bin bereit. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Höre. Kein Problem. Kein Problem. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das alles war. Aber gut. Ihr macht da mal. Du bist doch ein Tankesfahrzeug, oder nicht? Warum machst du dann nicht das, was du sollst? Boah, da kommt ja gar nichts gegen an hier. Jawohl. Der tiert ja schon auf mich. Wird erledigt. Wird erledigt. Warum hören die immer auf zu löschen? Kann mir das jemand verraten? Wenn ihr das wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Dass die immer wieder aufhören zu löschen. Das stört. Verdammt anstrengend. So. Was gibt's? Jawohl. Schicken wir nochmal los. Vielleicht findest du ja nochmal was, Fifi. Fifi und Rex, wie auch immer. Leica, keine Ahnung. Lexa. Wie heißt denn das? Lessi. So, Lessi. Lessi und Rex, genau. Ähm. Ihr löscht weiter. Perfekt. Da ist das Boot mit dran. Da ist so mit dran. Hier muss eigentlich jemand, aber das ist nur der Baum. Okay. Könnte sich einer von euch um den Baum kümmern, bitte? Ich habe keine Ahnung, wo meine anderen Einheiten hin sind. Ich habe das Gefühl, dass sie hier irgendwie reingerannt sind. Warum auch immer. Da stehen sie. Guck mal. Total versteckt stehen sie da. Löscht doch einfach mal mit. Bin bereit. Du bist ja auch ein Tanklöschen, kannst du ja auch mal mit löschen, ne? Alles klar. Die löschen noch. Sehr gut. Hier kann der erste abgeholt werden. Perfekt. Aktuell sind das auch die einzigen Verletzten, die wir noch haben. Ja. Höre. So, dann kann der andere aber auch schon mal dahin gehen. Ja. Ja. Höre. Okay. Jawohl. Das wird doch schon besser hier. Au, 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 au. Ja. Alles klar. Wenn das euer Auftrag gibt, hallo? Erwarte Befehle. Kein Problem. Der Ritter des Transportwagen bringt das Aufer zur Krankenstation in der Basis. Oh, Leute. Nicht mehr lange eigentlich. Wenn der mal weiterlöschen würde. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Erwarte Befehle. Alles klar. Bin bereit. Ist in Arbeit. Vielleicht doch lieber hier erstmal. Oh, das gibt es nicht. Ja. Ist in Arbeit. Du, da, ihr da hinten. Okay. So, wie sieht's hier aus? Ihr habt schon abtransportiert? Perfekt. Das heißt, wir haben alle weg. Ihr fünf von sechs, der wird jetzt auch gleich. Genau. Jetzt müssen wir noch die Brände löschen. Dann haben wir's. Sehr gut. Das heißt, bevor euch noch was passiert, geht ihr mal bitte hier hin. Geht mal alle in das Fahrzeug. Du kannst gerne weiter mal mitlöschen hier, bitte. Ihr löscht noch. Du löscht nicht, war ja klar. Dann hilfst du jetzt mal hier bitte. Hier fängt's auch schon wieder an zu brennen. Jetzt aber nur noch das Gebäude. Dann haben wir's echt wieder geschafft. Boah. Ich geb' auch zu, das ist nicht mein erster Anlauf hier auf diese Mission. Das ist mein dritter oder vierter. Und, äh, das war echt die Hölle. Jetzt hat echt alles gut geklappt. Wir waren schnell. Wir waren perfekt im Einsatz. Ähm. Kühl du mal weiter runter. Und du löscht hier mal bitte mit. Dann kriegen wir das vielleicht hin. Ihr kühlt auf jeden Fall auch runter. Und ihr löscht mal da. Und du kühlst hier das Ding runter. Mach du mal hier das Schiff. Haben wir hier nicht ein Fahrzeug noch? Nein. Wo sind die Typen? Wo sind die hinne gerannt? Kann mir das jemand verraten? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier stehen die jetzt. Aber die machen mal wieder nichts. Da stehen auch nur drei. Und da ist der andere, der kämpft. Okay. Jawohl. Ja. Bin bereit. Verstanden. Löschen wäre geil. Löschen wäre gerade richtig geil, muss ich sagen. Ähm. Na, wenn man ganz so ein klein, kleine Probleme irgendwie. Ich weiß nicht, ob du da rankommst. Alles klar. Ja, der löscht, ne? Ich glaube, der löscht. Ähm. So, du löscht gerade nicht. Du kannst jetzt hier hin. Kein Problem. Wo der andere jetzt hin ist, weiß ich auch nicht. Was ist hier los? Ah, okay. Der hat was gefunden. Super. Das geht langsam runter. Das geht aber höher hier. Ja. Wird gemacht. Schön. Das geht wieder runter. Ja. Kannst du da... Wieso kommst du da nicht hin? Das ist gemein. In order. Dann löscht du einfach weiter, bitte. Ihr löscht da. Ihr da, ihr da. Bis auf den hier geht jetzt gerade alles runter. Ja, gut. Der auch nicht. Wir müssen uns... Ja, die Boote, die kommen da halt nicht hin, ne? Ich weiß noch nicht, ob der hier... Ne, kann er nicht. Ja, ist das scheiße. Ja, da können halt auch nur... Ja, da brauche ich die zwei leider für. Hier ist ein Tankloschfahrzeug, was nichts macht. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Hier. Du löscht bitte hier weiter. Und du gehst bitte hier so auf die Kühlung. Damit hier nichts passiert. Wir haben nur noch drei Brände. Eins, zwei, drei. Hier, da hinten. Der wird jetzt aber gelöscht. Der müsste auch gleich gelöscht sein. Weil er... Wird jetzt, glaube ich, nicht hochgehen. Die beiden gehen runter. Der ist auch gleich weg. Und der andere... Wenn wir dann die Kapazitäten wieder haben, dann klappt das auch. Hier sollte man vielleicht die Feuerwehrleute hinschicken, die gerade nichts zu tun haben. Mehr oder weniger jedenfalls nichts zu tun haben. Wie ihn zum Beispiel. Der kann perfekt hier mitlöschen. Das wäre doch mal super. Dann hätten wir das auch weg. Hier fängt es wieder an zu brennen. Das heißt, du gehst schon mal dahin. Du machst hier mit. Du auch. Ne, du kühlst hier runter. Genau. Und sprichst deinen Kollegen bitte nicht an. Das gehört sich. Selbst bei der Feuerwehr nicht. So, da ist jetzt wieder gelöscht. Du kühlst das aber runter. Beziehungsweise du kühlst das hier vielleicht runter. Das ist vielleicht schlauer. Hier ist das ganze Ding schon eingebrochen. So, du bist ein Tanklöschfahrzeug, oder nicht? Dann Tanklöschfahrzeuge noch mal. Tanklöscher noch mal. Das ist nur noch der Brand hier vorne gerade. Aktuell. Ist doch auch ein Tanklöschfahrzeug. Lösch mit. Ne, zu viert auf diesen einen Brandherd. Ihr kühlt da drunter, damit hier nicht weiter mehr passiert. Das ist perfekt. Dann haben wir das auch gleich abgeschlossen hier endlich. Boah, den Supertanker. Jawoll. Ah. Oh Gott, schlecht. Schlechte Bronzemedaille. Aber wir haben es geschafft. Das ist für mich persönlich die Hauptsache. Dafür, dass ich so lange nicht gespielt habe. Bin ich damit sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie ich hier fast verzweifelt wäre. Aber wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und abonnieren. Dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht. Von Emergency 20. Und vielleicht geht es auch noch weiter mit den anderen Emergency-Teilen. Oder mit ein paar von den anderen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Mir macht auch Spaß. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann. Bis dann. Euer Telegan. Und ciao.